plus 131 sp okay cool so jetzt müssen wir da kommt der zweite abschleppwagen jetzt müssen wir noch ein paar schlafzettel machen ja 21 und meinigermaßen lesen was no parking on monday wir haben heute mittwoch mai 20 ist wir haben noch mal hat ist aber auch hier wieder 21 wir alle viel zu 21 ok ich guck jetzt nicht jedes nummer ein schild ab erstmal hier die parkurne ableuchten oder mal wer steht ist hier für ein schild no parking und monday okay na gut so da haben wir unseren ersten leichten unfall aufgenommen sehr schön was macht der hier schon jungen gehweg parken was minus fünf wieso der steht doch also wenn der nicht auf dem gehweg steht dann weiß ich auch nicht so wie ich muss hier kurz mal rüber januar 20 das ist jetzt schade die 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 april 19 ihre schicht ist um wie jetzt schon ich will aber noch nicht doch kacke das ist hier taxi oder was taxi stand ja okay ah ja dann gehen wir halt heim warte mal jetzt gehe ich aber hier vorne rum was wer hier freundchen ihren ausweis bitte hier ist er ich guck mir jetzt die leute ausweis abgelaufen organspender matteo bennett ist das hier der freund von der anderen oder was okay er hat gewaltete pupillen sie bekommen ein strafzettel wegen des abgelaufenen führerschein macht 75 bis 150 dollar wirklich das ist viel geld ja dann warte mal wir sind ja noch nicht fertig ich stelle ihnen ein strafzettel für das unerlaubte überqueren der straße aus etwa 25 dollar so viel für so eine kleine sache ja und da ja noch keine auto gefahren ist ist mit den gewalteten pupillen so gut so dann gehen wir mal feierabend machen würde ich sagen das sind wir mal ordentlich oh grün so komme ich jetzt hier hinten rum oder ich glaube ich laufe lieber hier lang oder das war ein ereignisreicher tag super hat ein bisschen aufgehalten mit dem strafzettel aber gut aber wir haben ganz schön punkte gemacht heute und ich habe nichts mehr zu trinken verdammt so dass die wahrscheinlich letzte aufnahme mit dem pc hier die nächste aufnahme wird dann wahrscheinlich schon mit meinem neuen pc sein wir sehen uns wo ist der erste schreibtisch hier das wird dann meiner sein ja die nächste aufnahme wird dann wahrscheinlich schon mit meinem neuen pc sein und dann hoffe ich mal dass das alles schön flüssig läuft und so das wird geil ja das raffe ich nicht mit dem gehweg parken da wir nähern uns den ersten zwei sternchen ja nice neue schichten verfügbar ein neuer tag im büro bla bla urlaub kann jeder wir machen wir bleiben mal hier in chester da war es cool oder wir haben nur hier diese drei drei von fünf schichten gespielt ja wir machen hier noch mal eine in chester melderaser mit der radarpistole auch bitte please wo wo mache ich denn das am besten da habe ich doch schon den ersten gehweg parker hier hallöchen ich bin ich bin bei sowas sehr klein ich so wo machen wir expired räume die unfallstelle und schreibe einen bericht ist denn hier schon wieder los auch freunde was treibt ihr denn hier sie dürfen fahren schönen tag noch und fahren sie vorsichtig der unfall hat mich ziemlich mitgenommen ich bin noch ganz durcheinander wir machen mal ordnungsgemäß obwohl ich wahrscheinlich jetzt die falsche habe laufen lassen naja ein bürchen war drin glaube ich ja was ist mit den augen hast du immer so augen und wenn möglich den versicherungsschein bitte bitteschön officer so was haben wir denn hier das ist alles gut ablaufdatum versicherung ist abgelaufen so gut dann erstmal versicherung abgelaufen wo ist es wo war denn das jetzt hier da sie bekommen einen strafzettel wegen fahrens ohne versicherungsschutz sie vermiesen mir den tag oh ist ja traurig kann ich jetzt auch nichts ändern wir holen mal die kamera raus und gucken mal nach da haben wir noch irgendwo gut so sie dürfen fahren schönen tag noch und fahren sie vorsichtig wir müssen jetzt raser müssen wir erstmal eine straße finden wo hier hier am besten oder aber wir sind auch wieder ampeln kriegen wir dann am höchsten raser hier vielleicht da steht wieder einer mitten auf dem gehweg und jede wette ist wieder falsch wenn ich den jetzt schreibe das ist normalerweise Minimum 20 euro mit allen vier reifen auf dem gehweg normalerweise naja gut die straße ist hier noch breit genug der gehweg aber das wäre normalerweise so wir rüsten mal die radarpistole aus wir gucken mal vielleicht haben wir ja da hier so aus dem gebüsch raus hier ist wieder ein gender freier der die straße überquert hat wo denn sehe nix genderfrei ist auch geil das mit der radar messung habe ich noch nicht so auf dem schirm glaube ich da kommt einer auf dem der hier hier das ist hier 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 Was? Wo? Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Jungfrau. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Hier, bitte. Okay, da ist alles in Ordnung. Behalte Deine Intuitionsnachrichten im Auge. Du darfst sie und ihr Fahrzeug durchsuchen, weil sie Intuitionsnachrichten hat. Aber sie hat gar kein Fahrzeug. Ich habe gar keine Autos, Senorita. Aber da gibt's einen Strafzettel. Sie bekommen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße. Um die 20 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Ja, da musst du... Weiß ich nicht. Bist doch eine Hübsche. Geh... Nein, das habe ich jetzt nicht. So, mein Freund. Tag auch. Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Aber ein Parktick ist gezogen. Das ist ja auch wieder geil, ey. Das steht eigentlich ein bisschen weit weg, aber gut. Ich müsste doch hier normalerweise... ...mal irgendwen blitzen können, oder? Das sind alle viel zu brav hier. Ja. Herrgott im Himmel. Müll. So. Du hast Müll weggeworfen, Fräulein. Umweltsünder. Stehenbleiben. Halt. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Hier, bitte. Abgelaufen. Ja, sowas. Der Personalausweis dieses Zivilisten ist abgelaufen. Du kannst einen Straftatler erstellen ohne mündliche Verwarnung davonkommen lassen. Bei mir gibt's keine mündlichen Verwarnungen. Dieser Zivilist verhält sich merkwürdig. Zu deinem eigenen Schutz darfst du... ...abtasten. So, dann gibt's erstmal einen Strafzettel wegen PA abgelaufen. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ach, dein Anwalt. Ja, super. Okay. Dann gibt's direkt noch einen... Ah, nee, warte mal. Quatsch. Das war ja Müll. Oh, jetzt hätt ich ja beinahe einen Falschen gegeben. Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa 25 Dollar Bußgeld. Ach, kommen Sie schon. So viel? Ja, so viel. Tschüss. Ich hab' ich immer noch nicht ein Raser aufgenommen, ey. So kacke. Oh, sind die alle brav. Was ist mit dem Sportwagen hier? Herrgott im Himmel. Viel zu brav. So, was ist mit dem hier? No parking on Monday. 21, passt. 8, 8. Oder not bei mir. Das ist mit dem Sportwagen hier.